Die automobile Zukunft hat bereits begonnen. Auch das autonome Fahren steht kurz vor dem Durchbruch. Um das selbstfahrende Auto sicher auf die Straße zu bringen, wird eine Vielzahl an hochentwickelter Sensorik vorausgesetzt. Mit Kameras, Radar, Ultraschall und LiDAR-Sensorik. Für transparente Kommunikation sorgen Displays im Innen- und Außenbereich. So wird der Kontakt zwischen Insassen und Außenwelt sichergestellt. Das komplexe Zusammenspiel all dieser Komponenten ist eine große technologische Herausforderung. Es ist essentiell wichtig, dass alle Komponenten absolut präzise verbaut werden. Insbesondere die Montage von großflächigen Displays im Innen- und Außenbereich kann herausfordernd sein. Eine verspannungsfreie Befestigung der sensiblen Bauteile muss sichergestellt werden. Vitol hat jahrelange Erfahrung im Bereich der intelligenten Befestigungslösungen. Mit unseren Toleranz-Ausgleich-Elementen können Displays spannungsfrei und präzise montiert werden. Mit unserem Know-how entwickeln wir innovative Lösungen für die automobile Welt von morgen.